Also ich hatte da vorne an der Tribüne hatte ich einen Strich gemacht und auch ansonsten die ganze Strecke ist abgekreidet mit diesen weißen Strichen und die habe ich dann gestern auch nochmal nachgezogen. Also müsste alles gut zu finden sein, auch in der Innenstadt. Aber wir wollen ja auch alle ziemlich zusammenbleiben. Der Salvatore läuft vor bei den Läufern und ich bei den Walkern. Wir haben eine langsame 10, eine schnelle 10 und eine 5er. Ja, wir werden uns gleich, denke ich, dann finden. Bei den Läufern haben wir das. Kerstin, guck mal. Kerstin, guck mal. Nein, einmal über 6 zu 160. Da kann man sich darauf reagieren. Kerstin, guck mal. Kerstin, guck mal.